Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Esperto, heute mit Left4Death2. Warum schreibt mir Sky? Keine Ahnung, ich habe, der war nicht im Channel, ist egal. Heute habe ich Gäste dabei, als erstes Wolf, Marvin und natürlich unseren alten Cappuccino-Gast Hoffi. So und ich werde jetzt, wir werden jetzt das erste Stückchen von dieser Kampagne starten. Ich glaube ihr seht das hier ja alles, ne? Und das Lustige ist, Wolf hat mir dieses Spiel gekauft und hat mich vorher angepflegt, dass ich sage, Dankeschön, Wolf. Das mache ich hier mit Danke, du Arschloch, ne? So. Ah, jetzt ja so weit, so weit. Ihr könnt euch, also Leute... Ich habe das Arschkriechen. Ja, Arschkriechen, es kommt auf eins raus. Ihr könnt euch hier ein bisschen, wir wollen euch nur einen Eindruck des Spiels verschaffen, dann wollen wir gucken, ne? Mögt ihr das? Findet ihr das auch so sexy wie wir? Wenn nicht, ab der Pech gehabt, braucht ihr mich nicht abonnieren. Lustig ist nur, eine Sache möchte ich euch... Nehmt mich. Nein. Ich werde auch andere Gäste immer wieder dabei haben. Also natürlich habe ich jetzt hier randommäßig mit Zettelchen gezogen, ne? Und Wolf, Hoffi und Marvin, B-B-B-B-B-Boy-Basti, außerdem schreibt man Battleboy mit A, ne? Habe ich vergessen. Du, einmal mit Profis, einmal mit Profis, dat wär schön, dat wär schön. Und natürlich gesponsert wird dieser Channel von meiner Freundin, die auch hier neben mir sitzt, mit wunderschön gewaschenen Haaren. Sag mal Hallo, Schatz. Hallo. Ne, du sollst sagen Hallo, Schatz, aber egal, ich danke dir vielmals. So, ja bitte, äh danke, ja, find ich toll. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ein Losglück habe und wenn das die anderen hören, die fangen dann direkt an. Warte, was für ein Losglück? Du Assischwein, hoffentlich ist das nicht so wie bei anderen Spielen im Ladebildschirm, dass wir uns nur spackig hören. Das habe ich dann schon mal gerne gehabt. Oh. Ah, also ich bin drin. Ich bin auch drin. Wupp, schrapp, schrapp. Ja, bei mir ist noch das Video. Boah, Feuerchen. Soll ich noch nicht durchgehen? Ja, bitte? Ach, wohl recht, los, wir gehen auch zum Einkaufszentrum. Äh, hallo, einer braucht noch ein Medikid. Achso, das bin ich. Ne, doch nicht. WTF? Gut, da sind alle da, dann wollen wir mal los eiern. Wayne. Marvin, was machst du die Tür wieder zu, ey? Das Schöne ist, man kann die ganzen Kampagnen auch online 4 gegen 4 spielen. Scheiße, Vorsicht! Und das Schöne ist einfach, es macht Urlaune. Ich habe eine Pipebomb. Wie heißt das auf Deutsch? Äh, Rohrbombe. Äh, ja, nein, ich doch. Wer rennt denn da vorne rum? Ah, es ist noch durchgeschaut. So war er, hat sich irgendwie Molotov-Würfel. Tja, gut, dass ich mal als Hausmeister im Kindergarten gearbeitet habe, Marvin. Oh mein Gott, 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 oh Okay. Hast du's oder kriegst du's? Bei leicht ist es natürlich so, dass ihr nicht eure Freunde anfangen könnt, aber bei mir ist es leider so. Hallo. Wo ist denn der hin? Ja, das ist der Wissen. Kommt rein, hier liegt nochmal. Nix. Schnapp mir einen Schuss. Hast du ja auch gerade eingesteckt. Kettenrefftür. Warte, ich weiß, bei Pomp. Ne, das. Zu wenig. Ich glaub, unten wo Feuer ist. Mädchen. Komm mal. Ah, hier kann ich aber werfen. Weg da. Weg da. Weg da. Hilfe? Ja, ja. Wie es, wenn wir dich da mal hochziehen. Oh, ich bin da drauf, hast du da gefeiert. Was? Ich glaub, ich hab auch mal... Ah, 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 ah. Weg, die Fenster, weg, die Fenster. Jetzt kannst du dir das alles anschauen, wie die alle laufen. Hunter. Hunter, Hunter bei Marvin. Bleu. Ich komm hier nicht weg wegen dieser blöden Kuh. Bitte raus. Egal wer es ist. Warum das denn? Weil es gerade ein Let's Play ist. Ich hör nur noch zu. Okay. Äh, irgendeiner steht hier. Wo seid ihr anderen? Ah, ihr seid alle... Ja, ich weiß, Marvin. Und ich hab das Gefühl, als wäre ich gerade Kindergärtner. Ach so. Ey, ihr seid ja vorführend. Der stellt sich volle Kanne in die Boomer-Kotze rein. Und wundert sich, dass die Gegner kommen. Leute, ich kann mich nicht mal für alles werden. Komm her. Na, durch. Oh mein Gott. Ja, wir kommen jetzt. Meins ist sicher. Die Tabletten sind meine. Elektroben hier. Marvin, hey. Du musst halt. Du sollst heim. Ja, Marvin, komm. Bin dabei. Ja, nicht direkt da. Ja. Ist egal. Aber komm, ab in den Aufzug. So, ich bitte euch jetzt mal nicht zu reden, weil jetzt kommt der lustige Part. Hört euch das mal an. Scheiße, Mann. Was ein Albtraum. Beschissene Zombie-Apokalypse. Scheiße, Mann. Scheiße, was machen wir jetzt? Ruhig, Blut, Kleiner. Wir packen das schon. Wie heißt du? Alice. Ich heiße Alice. Hey, bin Rochelle. Und du? War es eben echt gut, Rob. Weißt du, der stellt sich nicht vor. Das ist das Geilste. Ich weiß immer noch nicht, wie der heißt. Den Hoffi spielt. Der heißt bestimmt Manfred oder so. Heißt der nicht, Nick? Vorsicht, hinter der Tür wartet. Endlich anständige Waffe, anständige Waffe. Weg da, weg da, weg da, weg da. Oh, gerade ich bin leck. Wuuu. Ah, ha, 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 ha. Ich bin Sparte. Boah, bei mir leckte gerade übel. Aber egal. Oh, what the fuck. Warte, ich helfe dir. Noch nicht. Warte, ich komme jetzt gleich. So. Weiter im Deck. Kommt ihr? Hier können ja noch rein, hier gibt es Pump. Ich muss mal halten, ja. Ich hatte das Gefühl, ich habe mir keinen Pumpe kommen. Kommst du los? Ja. Okay, weiter. Oh, lass uns noch eine Pumpe nehmen. Gott sei Dank, Mann, gibt der Pumpgang. Ich bin's gewohnt. Hunter, Hunter. Alter. Alter, das muss man... Boomer! Scheiße, ey. Jetzt kommen auf einmal alle vier. Wer hat noch keinen Smoker? Ich sollte sich das nicht mehr aufbringen. Wollen wir noch mal Pumpe holen? Oh, Charger, Charger. Monster. Ich bin down. Ja, das ist kein Ding, kann man mitnehmen. Hey, komm schon. Nein, aufstehen. Geh oder nicht. Ich spärmte, ich habe so ein Ding da, so, ähm, wiederbeleidig. Ich muss gut dafür sein. Äh, bringt nichts. Ja, aber, bringt aber nur, wenn er tot ist. Nehmen Schuss. Kommt ihr? Hast du genommen, Wolf? So, das war die erste Runde von dem Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute mit meinen Stargästen Marvin, Wolf und Hoffi. Danke fürs Zusehen. Bis später.